So, willkommen zurück. Ich muss ein bisschen vorproduzieren, aber die Fee operiert, oder beziehungsweise wenn die Folge kommt, ist die Fee schon operiert worden. Ja. Dann ist die Fee schon operiert worden. Ähm. Aber ich will auch noch die Küche renovieren, äh, das Esszimmer renovieren. Der Sommer ist da. Ich frage mich, ob du auf deiner Farm Papayas anpflanzen wirst. Wenn ja, dann hebe mir, bitte welche auf, ich brauche zwei Papayas, ist ja eine Löspreise dafür. Emma, okay. Ich habe aber gerade jetzt keine Papayas, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Papayas. Papayas. Achso, warte mal. Höhö. Die, die. Genau. Erst die Tiere, dann das Vergnügen. Tü, tü. Achso. Ein Ei wieder zum Verkauf. Es bringt nicht allzu viel, aber hey, ne? Ein Ei ist besser als keins. Das muss man ja auch mal, äh, so, äh, sagen, ne? So. So. Die, oh. Papayas. Da, 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 da. So. Der Rucksack ist leer. Na. Mist. Sam, alles gut? Sommergemüse ist knackig und farbenfroh. Genau das Richtige für einen Grillteller. Okay. Mach mal auf, Sam. Ich habe keine Lust mehr. Mach, mach doch mal auf. Klinik ist geschlossen. Ach, die macht ja so ein Zehn auf. Okay. Ne Fliege. Die haben wir auch schon gespendet, ne? Äh, äh, äh. Ach, da können wir doch schon mal reingehen. Ach, das macht ja erst so neun auf. Mist. Lola. Mach auf, Sam. Mach auf. Sorry, wir haben die letzte Zeit geschlossen. Hä? Der macht doch um neun auf. Oder hatte ich jetzt irgendwie was... Ach, mittwochs geschlossen. Äh. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glücklicher. Oh. Blöbt. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, dass das stand mittwochs geschlossen. Alle anderen wahrscheinlich so, äh, lese doch mal, Herr Do. Oh, lese doch mal. Steht doch da ganz groß. Wir machen jetzt hier erst mal unten weiter. So. Tauchen. Wir machen erst mal hier unten was los. Oh, ho, ho. So. Die nehme ich direkt mit. Ich nehme die auch mit. So. Ha. So, auch mitgenommen. Uh. Da ist der letzte. Hä? Geht doch nicht so. Ey. Was ist das? Oh, ich kriege mal den Po. Das heißt, hier oben ist das ja dann weitergehen, ne? Ja, genau. Sehr Gott. Hier, okay. Äh, Quatsch. Hier, hier, so. How are you? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Cool, danke Danke Du bist ein Freund, weißt du das? Du bist ein Freund! Alter, du bist ein Freund! Ein fetter, geiler Freund, Junge! Hau ich mir direkt den Towersnack mal rein, wa? Wo bist ein Freund, Junge? Ein Freund! Ein Freund! Oh, Backe! Heile den Ozean! Heil dir, Ozean! Ok, da kommen wir nicht durch! hier scheinbar schon gewesen zu sein in der Tat so er ist her 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 Prozent Altar was in die los nur er setzt an ja genau dass die Müsst man bestimmt hier vorne irgendwo hin, ne? Ja, 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 hier müssen wir hin. Alles gut. Alles gut. Schon gefunden. Alles gut. Heile den Ozean. Heil dir, Ozean! Ist ja dabei, den Ozean zu heilen, ne? Muss man ja auch mal sagen. Ah, Inventar voll. Ach so, teuer, ne? So Inventar-Zeus ist total teuer. Ähm, hab ich nur diese eine? Ach, die andere hab ich hier schon gefuttert, ne? Okay. Oh! 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 Ah, ok. Schon gesehen. Ah, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Oh, ok. Ok, hier brauche ich jetzt nicht lang, oder? Ne, hier geht es auch nicht lang. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Äh, ach Quatsch, M. Mann, M war's. Ich geh jetzt. So. Oh. 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 jetzt wir machen eben die eine seite hier noch das machen ja ja es ist spät ich habe es mitgekriegt wir gehen da gleich so oh warte mal irgendwas passiert ach so wir sind raus geflogen weil es schon so spät ist ok 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 in der farma lallana 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 lala der farmer das flieger weg das war jetzt weniger gewollt die krabbe die können wir noch spenden sie nicht ich weiß es nicht so wir haben uns aber gut durchgeschlagen dass das müssen wir einfach mal das müssen wir jetzt auch mal mitteilen wir haben uns verdammt gut durchgeschlagen sonnig okay wir müssen gießen wir müssen gießen so ab ins bett mit uns landwirtschaft sehr gut fangen sehen okay